Hallo und herzlich Willkommen vom Kap Haboy, der nördlichsten Spitze der Insel Olchon. Die Insel Olchon liegt hier im Baikalsee, schön malerisch hinter uns der Baikalsee. Die Landschaften, die Insel erstreckt sich über 70 Kilometer vom Norden nach Süden und ist maximal 14 Kilometer breit. Nun sind wir an der nördlichsten Spitze angekommen und genießen mit Ihnen diesen herrlichen Ausblick. Insgesamt haben wir vom Hotel zweieinhalb Stunden gebraucht, inklusive Fotostops, inklusive einer Wanderung und inklusive einer sehr abenteuerlichen Fahrt mit einem geländegängigen kleinen Bus. Es hat alles in allem sehr, sehr viel Spaß gemacht und bei diesem herrlichen Wetter grüße ich Sie in Hamburg, in Deutschland. Ihr Alexander von Alex Reisesolos. Bis bald!